Während in der Rotmühle Nestrui gespielt wird, ging das Theaterforum Schwächert in die Sommerpause. Zu diesem Anlass gab es ein Pressegespräch mit den Themen Bilanz und Ausblick. Mein Vertrag läuft jetzt wieder bis 2016, das heißt es ist um weitere vier Jahre verlängert worden. Ich finde, das ist auch eine gute Periode, wo man wieder etwas entwickeln kann und wo man auch dann immer wieder nachprüfen kann, passt das noch, passt die Zusammenarbeit. Wird der Intendant müde, hat er keine Ideen mehr? Also auch das stelle ich natürlich immer wieder auch zur Debatte. Bin ich noch immer der geeignete Mann hier für das Theater oder nicht? Und ich finde auch wichtig, dass eben die verantwortlichen Personen in der Stadt, also sprich der Bürgermeister und der Kulturpolitiker, das ja bei uns in einer Person vereint ist, noch immer auch dazu immer wieder auch sagt, ja, also wir wollen miteinander weiterarbeiten. Oder eben auch, man sagt, nein, es stimmt nicht mehr, es ist jetzt sozusagen irgendwie Routine eingekehrt, die einfach nicht mehr produktiv ist und so. Also für mich ist das wichtig, dass wir das immer wieder überprüfen und das hält jung, glaube ich, ja. Und hält aber auch sozusagen die Dynamik des Theaters wach. Was bietet die nächste Saison? Ja, die nächste Saison bietet einiges Neues. Wir haben eine Premiere am 20. September, der Furchtsame von Philipp Hafner. Das ist eine Altwiener Volkskomödie, die wir sozusagen ein bisschen wiederentdecken. Ich meine, sie wurde schon zwischenzeitlich immer wieder gespielt, aber eher selten. Philipp Hafner ist ein interessanter Volksstückautor oder Volkskomödienautor. In der Hauptrolle haben wir Stefan Parellaraki, mit dem ich mich also schon viele Jahre immer wieder treffe und wir über Projekte sprechen und diesmal klappt es einfach. Ja, wir freuen uns beide darüber. Ja, eine größere Premiere im Frühling steht eben an. Das ist Humeberry. Das Stück stammt aus der Feder von Ronald Rudol. Wir haben mit Ronald Rudol einen interessanten österreichischen Autor gewonnen, der das Stück Humeberry geschrieben hat, das jetzt bei uns nicht uraufgeführt wird, aber einfach, ich glaube, es ist die dritte Inszenierung dieses Stücks, die wir hier machen werden. Eine sehr reizvolle Komödie, er nennt es eine genmanipulierte Liebeskomödie, die von einem genetischen Experiment handelt, wo Pflanzengene mit menschlichen Genen gekreuzt werden. Daraus entsteht ein junger Mann, der normal, ganz normal aussieht, der in seinem Wesen in erster Linie wie ein Mensch ist und auch die Züge von einem Lebewesen hat, dass er leben möchte, dass er lieben möchte, dass er eine Zukunft sehen will. Aber diese Zukunft darf nicht sein. Und so wird er eines Tages natürlich nicht sein dürfen. Es entsteht eine Liebesgeschichte, die nicht sein darf. Und die geht natürlich, sie wird immer verrückter. Also man kommt drauf im Labor, der ist geflüchtet. Jetzt kann man nicht sagen, ein Mutant läuft draußen herum, sondern man sagt, ein Triebtäter, jetzt kommt die beste Freundin dazu und hat Angst, dass dieser Triebtäter, dass das dieser Triebtäter ist und es verwickelt sich immer mehr, immer mehr. Und der Juni, er darf nicht leben. Und so endet dann diese Geschichte, dass man sagt, lieber nicht in die DNA der Menschen eingreifen. Man kann es dann nicht mehr aufhalten. Ein völlig neues Projekt wird es auch geben und das betrifft Autoren. Ja, wir werden also aufgrund unserer Erfahrungen, die wir mit dem Satire-Festival haben, mit der Satire, mit der Kleinkunst, mit Kabarett, mit der Literatur auch, da sind ja immer wieder sehr viele Literaten bei uns auch zu Gast, einerseits, andererseits mit dem Theater, mit dem Theater produzieren, mit dem Sprechtheater, mit dieser Schnittstelle, die wir da jetzt sind, wollen wir ein sogenanntes, ich sage jetzt mal der Arbeitsbegriff, Satire-Studio errichten. Das heißt, wir laden Autorinnen und Autoren ein, mit uns ein Jahr zu arbeiten. Also wir würden sie sozusagen coachen, begleiten, mit dem Ziel, eine neue satirische Komödie zu verfassen, die dann bei uns auch aufgeführt wird. Das, wie startet 2013 und mal so ein Probejahr und wir werden schauen, was das für ein Ergebnis zeitigt. Also es ist eine Autorenwerkstatt, aber mit einem konkreten Ergebnis als Ziel, sprich, dass wir ein neues Stück bekommen. Bis zum nächsten Mal.